Benefiskolf, Solomons, schönen guten Tag. Der afternoon Benefiskolf Service Center, Luisa speaking. Benefiskolf, Daniela Bonagia. Hallo. Wir haben geboten. Die Benefiskolf-Card ist eine Vorteilskarte für den aktiven Golfer, gilt mittlerweile auf über 400 Golfplätzen in ganz Europa. Ja, danke. Dürfte ich die Codierung bitte sehen? Ja, habe ich per SMS bekommen. Die Mitgliedschaft bei Benefiskolf beinhaltet viele verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel nicht nur die Möglichkeit, über uns online oder per E-Mail oder auch telefonisch Greenpeace zu bestellen, sondern noch viel mehr die Information. Wir informieren unsere Kunden. Dankeschön. Ich war mal Greenpeace. Das ist schön. Wir haben auch ein Golfpack gemietet, oder? Ja. Ja, ich brauche ein Reichsschläge. Okay, wir werden drauf zur Verfügung gestellt. Und K. Danke, Herr Rima. Tschüss. Die Mitgliedschaft bei der Benefiskolf-Card kostet 99 Euro und diese gilt für ein Jahr. Sie verlängert sich nicht automatisch. Wir legen da ganz besonderen Wert darauf, dass wir den Kunden einen Monat vor dem Ablauf anrufen, kontaktieren, ob er denn zufrieden war und ob er denn seine Mitgliedschaft verlängern will. Danke. Danke. Tschüss. 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 Der Preisvorteil, der sich gegenüber dem tagesgültigen Greenpeace ergibt, liegt bei 50 Prozent. Das Schöne ist, dass ich mit einer Mitgliedschaft aber die vergünstigten Greenpeace für den gesamten Flight kaufen kann. Das bedeutet, dass der Kaufpreis der Mitgliedschaft sich schon nach dem ersten Flight amortisiert. Danke. Danke. Super. Als besondere Zusatzleistung gibt es auch die Möglichkeit, Hotels über uns zu buchen. Auf Mallorca zum Beispiel arbeiten wir im Äußersten des Westen mit dem Dorin zusammen, das wunderschön gelegen ist. Im Designer-Hotel-Bereich arbeiten wir mit dem Vier-Sterne-Hotel Ocean Drive Importer Portals zusammen. Exklusiv für unsere Mitglieder veranstalten wir in Kooperation mit der High-End-Marke BIG ein Fitting-Termin für unsere Mitglieder, bei dem man seine Schlägerqualitäten oder seine Schlagqualitäten verbessern kann. Wir haben für unsere Mitglieder ein besonderes Dankeschön-Produkt entwickelt. Das bedeutet, unsere Greenvieh-Kombination. Dieses Jahr nennen wir unsere Greenvieh-Kombination Club 49. Was ist der Club 49 und welche Plätze beinhaltet das? Ich kann an sechs verschiedenen Wochentagen, jeden Tag außer Samstag, bestimmte Plätze auf Mallorca zu nur 49 Euro für spielen. Das Angebot gilt nur für unsere aktiven Mitglieder und wirkt oftmals eine Preisreduzierung gegenüber der Tagesrate von über 50 Prozent. Seit April 2014 sind wir eine Kooperation eingegangen mit dem Priority Pass. Was ist der Priority Pass? Der Priority Pass gibt Zugang zu den Business- und First-Class-Lounges auf über 680 Flughäfen weltweit. Und über unsere Website hat man die Möglichkeit, den Priority Pass für nur 49 Euro dazu zu erwerben. Ein vollkommen neuartiges Feature, das es bisher noch nicht gab, gilt seit kurzem für die Mitglieder der Benefis Golfcard. Und zwar können wir ab sofort bei Vorlage der Benefis Golfcard am Flughafen in Palma die Fastlane benutzen. Das bedeutet, schneller Check-in, keine langen Wartezeiten. Wir versuchen uns immer wieder neu zu erfinden. Das bedeutet, im Rahmen der Mitgliedschaft bieten wir unseren Kunden das gewisse Extra, wobei der Spaß am Golfen im Vordergrund steht. Früh am Morgen ist er einer der Ersten auf dem Golfplatz. Wir treffen Lauritz Lohr, eines der vielversprechenden Nachwuchstalente des deutschen Golfsports, im Golf Son Gual im Herzen von Mallorca. Hier ist sein zweites Zuhause, die Driving Range ist sein Arbeitsplatz. Und Tim Holroyd sein Ausbilder. Seit mittlerweile sechs Jahren entwickelt sich das außergewöhnliche Talent unter den Fittichen der...